Also wenn der Kollege Schnürschuh, ja, nicht gleich mein Paket in seinem Liefermobil dabei hat, dann gewittert's aber richtig. Ey Bruder, hast du zufälligerweise mein Paket bei? Müssen Sie mich mal sagen, welcher Name? Schröder. Schröder, Schröder, nee, hab ich nicht bei. Wie hast du nicht bei? Naja, ich hab das Paket nicht. Ja, wer hat's denn? Naja, irgendein anderer Kollege, aber das weiß ich auch nicht. Ich wünsche ihm trotzdem frohe Weihnachten. Nee, nicht frohe Weihnachten, nicht frohe Weihnachten. Scheiße hier.